Hallo zusammen, ich bin Yasmin Kozebeck und ich spreche gerne mit interessanten Menschen über interessante Themen. Und heute sitzt mir gegenüber Tahir Chaudrey. Ich darf es eindeutschen, den Nachnamen. Es ist nicht richtig ausgesprochen, sei es drum. Ich würde dich gerne erstmal vorstellen. Einigen bist du vielleicht schon einen Begriff. Und ich freue mich wirklich sehr auf dieses Gespräch. Das sind ja quasi Journalistenkollegen, die vielleicht vor zehn Jahren niemals gedacht hätten, dass sie mal an einem Tisch zusammensitzen. Auch darüber können wir sprechen. Jedenfalls nun zu dir. Du bist 34 Jahre alt. Du bist in Deutschland bei Flensburg groß geworden. Deine Eltern kommen aus Nordindien und sind nach Deutschland migriert. Also ganz explizit, um hier zu arbeiten. Keine Flüchtlingsgeschichte. Du selber bist zur Hauptschule gegangen, dann zur Realschule, Abitur, hast dann studiert. Aber offenbar hat dich das so sehr geprägt, dass du in einem Artikel in der Zeit dafür plädiert hast, Hauptschulen in Gänze abzuschaffen. Weil die Leute dort abgestempelt werden würden, waren deine Worte. Wie schon gesagt, du hast dann studiert Philosophie und Islamwissenschaften, wobei du in dem einen Video von Orientalistik gesprochen hast. Synonym. Okay, danke. Wusste ich nicht. 2015 hast du deinen Abschluss gemacht. Und währenddessen hast du schon als freier Journalist gearbeitet für Regionalzeitungen und einige österreichische Publikationen, wie du mir verraten hast. Ich habe die Bachelorarbeit nie abgegeben am Ende. Aber dann hast du ja gar keinen Abschluss. Ich habe keinen Abschluss gemacht. Ah, danke für diese Korrektur. Und warum hast du nicht abgegeben? Hat das keinen Bock gehabt? Nee, die Zeitungen haben zu mir gesagt, damit wir dich nicht höher bezahlen müssen, bitte nicht abgeben. Und du hast es gemacht? Ich habe es gemacht, weil ich unbedingt Einstieg in die Zeitung wollte. Autsch, das tut mir irgendwie weh zu hören. Dann habe ich danach nie mehr daran gedacht, weil es hat niemand interessiert, ob ich abgeschlossen habe oder nicht. Was klar ist, das ist klar. Ja. Aber das finde ich krass, dass die das zu dir gesagt haben. Das waren damals die Praktikas, die hätte ich sonst nicht bekommen. Und das war der Einstiegs... Du hättest die Praktikas nicht bekommen, weil du einen Bachelorabschluss hast? Richtig. Aber weil das deren Politik war oder wie? Ja, ich wurde ja fast gar nicht bezahlt. Also ich habe von der Zeit zum Beispiel 200, 300 Euro bekommen. Und wenn ich einen Abschluss gehabt hätte, hätten die mir ein höheres Gehalt zahlen müssen. Vielleicht sogar als wissenschaftlichen Mitarbeiter sozusagen einstellen müssen. Wow. Aber ich finde das schon irgendwie mies. Das ist verrückt. Bist du da noch nachtragend? Nein. Okay. Das ist Geschichte. Ja, gehört halt jetzt dazu. Ich habe gehungert. Ich habe ziemlich einfach gelebt in der Zeit. Ich habe ja keine Eltern, die mich unterstützt haben in der Zeit mit Geld oder so. Ich habe sehr einfach gelebt, aber das gehört zum Leben dazu. Aber ich finde es halt krass. Du hast die ganzen Jahre studiert und dann hast du halt die Bachelorarbeit nicht geschrieben. Die natürlich, die macht nicht großen Spaß. Ich habe es auch nicht gerne gemacht. Aber ich habe es halt gemacht, weil die Sache muss abgeschlossen werden. Obwohl ich wusste, ich werde nie in diesem Metier mehr arbeiten, wo ich jetzt studiert habe. Okay. Krass. Gut, du hast jetzt als freier Journalist, wurdest du ausgebeutet. Ja, schon. Wenn ich jetzt so gesagt habe. Genau danach. Wobei, man muss ja fernishalber sagen, danach. Du hast 2015 eben deine Bachelorarbeit nicht geschrieben, nachdem du das Studium eigentlich vollständig absolviert hattest. Und hast dann Hospitanzen, was Synonym für Praktika sind. Das hast du mir erklärt. Danke. Bei der Zeit, bei der FAZ und beim Fokus gemacht, bei denen du offenbar schlecht bezahlt wurdest. Ja, bis gar nicht. Bis gar nicht, ja. Dann kam das Redaktionsvolontariat in Print und Online bei der Süddeutschen Zeitung zwischen 2016 und 2018. Da wurdest du bezahlt? Ja. Gut, immerhin. War das dann auch in München? Das war in München, ja. Ich habe mir nur ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich in den Interviews so rausgehört habe. Du warst unter anderem in einem Faktencheck-Team. Auch, ja. Also als Volontär macht man sozusagen alle Abteilungen einmal durch sozusagen, ja. Darüber können wir noch sprechen. Ja. Dann hattest du zum Beispiel auch einmal die Aufgabe, die Zeitung ganz offiziell zu kritisieren. Ja. Eine Woche lang, ja. Ja, und das hat dir nicht so gut gefallen. Nein, überhaupt nicht. Hat alles durcheinander gebracht. Ja. Und dann hast du auch einmal eine Rüge erhalten für einen Artikel über Wahleinmischung der USA im Vergleich zur UdSSR. Ich habe mehrere Rügen erhalten. Also ich habe ja mehrere Artikel untergebracht durch meine Methode, die ich irgendwann entwickelt habe. Dass ich darauf gewartet habe, dass der Außenpolitik-Ressort-Chef im Urlaub ist oder krank ist. Und in der Zeit habe ich dann meine Artikel platziert. Das war deine Masche, die Methode. Ja, richtig. Und wie lange hat es gedauert, bis Sie das Muster erkannt haben? Ja, ich glaube, das hat schon drei Wochen gedauert. Aber bis dahin hatte ich schon einige Sachen untergebracht. War der so oft weg? In drei Wochen? Ja, der war viel unterwegs. Ach so, unterwegs. Okay. Ich dachte gerade Urlaub oder sowas. Nee, der hat sich auch mal verletzt beim Eishockey und so. Ach ja, ein aktiver Typ, kann man so sagen. Jedenfalls lebst du jetzt bei Mainz mit deiner deutsch-indischen Frau und zwei Töchtern. Und eure Ehe war tatsächlich arrangiert. Also, wir hatten ja am Telefon darüber gesprochen und das war das Erste, was mir so in den Sinn ist. Ich so, mit einer deutsch-indischen Frau? Okay, vielleicht war da irgendwas. Und da wollte ich nur mal fragen, wie das so war. Also, du erzählst so viel, wie du willst, natürlich. Also, man denkt natürlich als erstes vielleicht Indien und dann mit arrangierter Ehe an Bollywood, weil das da oft Thema ist und in Kontrast gesetzt wird zur Love-Marriage, Arrange-Marriage. Ich würde sagen, das war eine Mischform. Also, ich wollte in der Phase eigentlich gar nicht heiraten. Ich habe mich gar nicht, ich war 25. Und es kam aber so, dass ich vor, also fünf Jahre zuvor, man muss natürlich vieles dazu erklären, wie das kam, weil das sehr untypisch ist oder man hört das selten. Du meinst diese Mischform? Ja, also, das ist ja ein Thema, was sehr schwierig ist für diese Gesellschaft, ja. Aber das ist eben die wichtigste Entscheidung oder gehört zu den wichtigsten Entscheidungen, die man fällt im Leben. Also, man entscheidet sich dazu, sozusagen mit jemandem zusammen sesshaft zu werden. Man kennt die Person nicht wirklich, also im Detail. Also, ich habe ja einen islamischen Hintergrund und dort ist es so, dass man nicht ausprobiert. Und ich habe mich daran gehalten. Und ich hatte schon Sorge davor, weil ich natürlich anders sozialisiert, programmiert bin, dass ich meine Entscheidung selber fälle. Und fünf Jahre vor meiner Hochzeit hatte ich einen Traum gesehen. In diesem Traum habe ich meine Frau gesehen, von der ich noch nie gehört hatte. Und es war so, dass ihr Vater ein bekannter Schriftsteller ist, ein Aktivist, ein Alt-68er, der sehr viele Bücher geschrieben hat. Und ich habe seine Bücher gelesen. Und ich habe in der Zeit, das war eine sehr spirituelle Phase, ich habe sehr viel gebetet, auch für diese Sache, weil das mir schon Sorgen gemacht hat, weil irgendwann komme ich in dieses Alter, wo ich heiraten werde. Und in der Zeit habe ich viel gebetet und habe in einem Traum eben meinen Schwiegervater gesehen, wie er mir seine Tochter vorstellt, von der ich nichts wusste zu der Zeit. Und dann ist innerhalb dieser nächsten fünf Jahre, kam es durch verschiedene Umstände dazu, dass beide Familien sich begegnet sind. Und was sich dann herausgestellt hat, ist, dass ihre Mutter und mein Vater in dem Dorf, wo sie groß geworden sind, miteinander befreundet waren, Haus an Haus gelebt haben. Und so hat man sich dann kennengelernt. Die Familie haben sich kennengelernt, wir haben uns kennengelernt. Und ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass auf der anderen Seite genauso spirituelle Erfahrungen und Träume dahinter stecken, dass diese Verbindung zustande kommt. Und dann gab es eigentlich kein Nein mehr zu sagen. Also es ist etwas untypisch. Meine Eltern haben eine sehr kleine Rolle gespielt. Das waren eher spirituelle Erfahrungen, die dazu gebracht haben. Und der Rest ist Geschichte. Und wie man vielleicht schon raushört, bist du ein großartiger Storyteller. Und dieses Talent hast du nicht nur natürlich in einer journalistischen Arbeit angewendet. Du hast hauptsächlich, ich sage jetzt mal, sehr viele Interviews gemacht mit Personen im Gespräch. Und jetzt bei Grenzgänger Studios, auch dein YouTube-Kanal, veröffentlichst du aus meiner Sicht großartige Interviewportraits. Darunter zum Beispiel mit hier, früher Ken Jebsen, heute Kayvan, Sufi Siavash. Richtig. Tino Sarrazin gehört auch dazu. Das waren jetzt die zwei, die ich explizit gehört habe. Dann noch mit dem Shaolin-Meister. Zum Beispiel, es sind jetzt nur ein paar Beispiele, die ich genannt habe. Du machst auch lange Podcasts mit deinem Freund Tariq Hübsch. Mein Schwager. Schwager, Verzeihung. Ja, alles gut. Und du machst Deep Dives, nenne ich es jetzt mal, in Themen wie zum Beispiel die Ukraine, IWF, Baerbock, Klitschkos und wie das alles zusammenhängt. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Also das war schon krass nochmal. Die sind lang, kann man aber auch in Kapiteln angucken. Aus meiner Sicht empfehle ich jetzt nicht. Was mich gewundert hat, ich habe heute extra nochmal nachgeguckt. Ich habe nichts zu Corona gesehen. Hast du das absichtlich weggelassen? Wir haben das immer wieder thematisiert. Und es könnte sein, dass demnächst eine größere Recherche kommt, sozusagen als Aufarbeitung. Aber ich war mir in der Zeit noch nicht zu 100 Prozent mit bestimmten Sachen sicher. Und die haben sich dann ja im Nachhinein aufgeklärt. Und ich glaube, das muss mal gemacht werden. Okay, das finde ich interessant, weil vielleicht wolltest du dich dann doch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Doch schon, wir haben einiges. Also wir haben ja, unsere erste Löschung hat stattgefunden, als es mit der Corona-Krise anfing. Und zwar hatten wir Bagdi zu Gast, den Professor Bagdi. Und ich habe ihn zusammengebracht mit einem, ja, das ist Inbegriff für Mainstream-Schauspielerei, Sky Dumont. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Jetzt habe ich nicht gesehen, nee. Okay, und was daran spannend war, und das ist eigentlich eine grundsätzliche Kritik, die sich durch den Kanal zieht. Und das ist dieses, was würde passieren, wenn wir unabhängig von Macht, Meinung sozusagen ausbilden lassen. Heißt, wenn wir nicht geframed werden, wenn wir nicht Propaganda ausgesetzt sind, wie würden wir zu bestimmten Schlüssen und Erkenntnissen kommen. Und was man dort sieht, ist, dass ein Bagdi dem Sky Dumont begegnet auf menschlicher Ebene. Die lernen sich kennen. Er erzählt, dass er 40 Jahre lang in dem Bereich gearbeitet hat, ein absoluter Experte ist und nähern sich darüber. Und dann merkt Sky Dumont in dem Moment, okay, der könnte vielleicht einen Punkt haben. Man sollte dem wenigstens zuhören und die nähern sich an. Und dann bildet er seine Meinung heraus und dann kommt der Hated Shitstorm ohne Ende, woraufhin von YouTube das Video gelöscht wird. Nach 300.000 Aufrufen. Das heißt, das Video wurde gelöscht aufgrund des Shitstorms? Nein, aufgrund der Inhalte. Aufgrund der Inhalte. Weil damals die YouTube-Shation gesagt hat, ja, alles, was den Weisungen der WHO widerspricht, wird gelöscht. Und das steht zwar immer noch drin, wird aber nicht mehr quasi, ja, wird nicht mehr so gemacht, also wird nicht mehr durchgesetzt. Aber damals 2020, da war ich ja auch noch bei RT, das war ja super streng. Also extrem, und es war wirklich extrem, extrem. Also da war alles eine Gefahr im Endeffekt. Und Bagdi hat keine radikalen Aussagen gemacht. Der hat gesagt, ja, wir haben in den ersten zwei Wochen, als diese Pandemie oder das Virus aufkam, hatten wir wenig Wissen. Dann haben wir bestimmte Maßnahmen gemacht. Aber jetzt versucht man, diese harten Maßnahmen zu vertuschen und Rolle der Pharmaindustrie und so weiter. Und das war aber damals zu hart. Heute wäre das... Es ist fast Mainstream. Also das ist eher so, das ist ein Meme. Also viele Sachen sind so ein Meme geworden. Und auch, manchmal habe ich so das Gefühl, dass das auch einfach ein Teil der Geschichte ist und auch damit so spielerisch umgegangen wird. Aber wirklich so den, wie wirkkräftig das eigentlich ist oder wie krass man verarscht wurde, auf gut Deutsch gesagt. Das nimmt man nicht mehr so wahr. Man hat sich ein bisschen daran gewöhnt. Ja, so wurde ich das. Genau, ist ein Gewöhnungseffekt eingetreten. Ich kannte deinen Kanal vorher schon, aber auch meine Community ist auf dich aufmerksam geworden mit deinem Video Ich bin raus, warum ich nicht mehr für Mainstream-Medien arbeite, die Abrechnung. Und dieses Video wurde auch gut geguckt, über 200.000 Mal. Und da hast du dich klar positioniert. Da hast du gesagt, du möchtest dich nicht mehr verbiegen. Du willst dir dieses Törchen auch nicht mehr auflassen. Und hast gesagt, ich mache jetzt zu und distanziere mich ganz klar vom Mainstream, was ich eine sehr lustige Formulierung finde. Und hast, ja, es war eine Abrechnung. Also du hast dich ganz deutlich positioniert. Du hast dann auch gesagt, dass du... Das war nämlich das Erste, woran ich gedacht habe. Weil, wie gesagt, Journalistenkollegen... Ich habe zwar in einem anderen Bereich gearbeitet, aber ich weiß auch ein bisschen, wie Journalisten ticken. Und das Erste, woran ich gedacht habe, ist, oh, wir haben denn die Journalistenkollegen darauf reagiert. Weil du hattest bestimmt auch eine Bubble, ne? Ja. Also, die haben ja zu dir gesagt, du bist falsch abgebogen. Klassiker. Richtig. Kannst du mir vielleicht ein bisschen erzählen, wie da so die Reaktionen waren? Ob sie dich vielleicht auch zurückgewinnen wollten? Ja, weil das ist ja auch immer... Ah, das kann ja mal passieren. Also, aber wir mögen dich doch. Ist doch alles super. Und wir kriegen das schon hin. Ja, aber dafür kannten sie mich schon gut genug. Also, dass sie mich irgendwie umstimmen können, das wäre nicht drin gewesen. Es geht nur darum, ich habe dieses Video gemacht und das haben die sofort verstanden, worum es mir geht. Natürlich gab es Diskussionen und diese Sprüche kamen, aber es war ein Signal. Ich wollte eine Debatte anstoßen. Es ist hier und da zugespitzt. Aber das ist das Problem oder daran krankt der Journalismus. Und woran sieht man das denn? Woran erkennt man denn den Charakter eines Menschen? Man erkennt ihn in Situationen, wo es einem schlecht geht. Ja, wo es mal schwierig wird. Und was man da als Reaktion an Verhalten an den Tag legt. Und was man über die Medien sagen kann, ist, dass sie in allen Krisen ihr wahres Gesicht gezeigt haben. Und vor allem beim Thema Ukraine-Russland. Ja, was eine sehr offensichtliche Tatsache war seit 2014. Was da eigentlich passiert, welche Interessen eine Rolle spielen. Aber ab 2021 hat das gar keine Rolle mehr gespielt. Und deine Frage war eher, was war die Reaktion der Kollegen? Ich habe natürlich viele Diskussionen mit ihnen gehabt zu dem Thema. Aber man kam in diesen Diskussionen nicht darüber hinaus zu sagen, wonach sich das anhört, was ich sage. Also die Argumente spielen gar keine Rolle. Wonach hört sich das denn an? Das hört sich rechts an. Das sind AfD-Narrative. Und damit wird das Ganze einfach beiseite geschoben. Warum redest du über die Ukraine mehr als über Russland? Das war das Argument. Mehr gab es da nicht. Und ja, ich bin mit einigen immer noch befreundet. Aber es gibt auch einige, die sich abgewandt haben deswegen. Also ja, für mich war das auch so. Ich habe das Bild schon mal verwendet. Ich sitze auf einem Schiff. Und ich weiß, dass dieses Schiff gegen einen Eisberg steuern wird. Und dann höre ich über die Lautsprecher, wir ändern die Sitzplatzwahl oder das Buffet ist kostenfrei. Alle jubeln. Aber wir wissen, dass es am Ende wird, dieses Schiff gegen den Eisberg steuern. Und ich bin vorzeitig von Bord gegangen. Du redest jetzt bildlich von den Mainstream-Medien, Qualitätsmedien, weiß ich nicht, Legacy-Media sagt man auf Englisch, finde ich auch einen super Begriff dafür. Das heißt, deiner These zufolge oder deiner Meinung zufolge, ist es ein untergehendes Schiff? Richtig. Und das habe ich erkannt, als ich in Afrika war. Ich war im März, bin ich mithilfe von Kollegen, Blue Future Projects, Superbad Society, muss ich einmal droppen. Die haben es ermöglicht. Wir sind nach Ostafrika und haben eine Doku gemacht über das Thema Entwicklungshilfe. Und die Frage, seit 50 Jahren, seit mehr als 50 Jahren gehen Milliarden von Dollar in diese Länder. Warum steigt die Armut? Und wenn man vor Ort ist, mit diesen Menschen spricht, dann spürt man auf den Straßen den Zorn dieser Leute. Was hat der Westen über die letzten Jahrzehnte eigentlich dort gemacht? Was ist der Grund, warum diese Länder sich nicht entwickeln können und warum sie sich nicht entwickeln dürfen? Wenn es bestimmte afrikanische Führer oder Staatenlenker gab, die für eine afrikanische Identität, für selbst, wie kann man das denn, für? Ja, schon ein Selbstverständnis hier. Wie heißt das? Ein Name schwebt mir im Kopf rum, der bekannt dafür war. Aber bitte erzähl. Ja, für ihre Unabhängigkeit kämpfen und sagen, ja, wir wollen zum Beispiel selber entscheiden, was mit unserer Währung ist. Ja, wir wollen selber entscheiden, welche Preise wir festsetzen für unsere Ressourcen und so weiter. Wie wir mit dem umgehen, was aus diesem Land rausgeht, dann wurden sie teilweise beseitigt. Ja, und davon gibt es, da gibt es einige Beispiele. Ja, und als ich diese Doku gemacht habe, kam ich zurück mit all diesem Wissen, was wir gesammelt haben. Bisher ist diese Doku noch nicht veröffentlicht worden, aber ein Teil davon. Da war mir klar, uns wird ein ganz anderes Bild vermittelt. Warum? Es geht einfach nur darum, diese Ordnung, die man irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut hat, aufrechtzuerhalten. Und diese Ordnung basiert auf verschiedenen Säulen und bestimmten Kontrollinstrumenten, wie das IMF. Also wenn wir uns zum Beispiel die Frage stellen, warum haben bestimmte Länder diese Corona-Maßnahmen umgesetzt? Die meisten Länder haben sie umgesetzt, weil der internationale Währungsfonds durch bestimmte Knebelverträge sie dazu gezwungen hat. Aber auch was das Thema Rüstung angeht oder ob man bestimmte Kriege mitträgt oder nicht. Das sind alles Entscheidungen, die dadurch forciert werden. Also wenn Krisen in Staaten kommen, wenn man die Gehälter der Beamten nicht mehr zahlen kann, dann geht man eben betteln in Washington. Und sobald man das macht, wir kennen das Prinzip. Klar, es ist ein Abhängigkeitsverhältnis, das dann entsteht. Und all das gesehen zu haben, mit Leuten gesprochen zu haben vor Ort, nachdem ich dann zurückkam, hat mich dazu gebracht, okay, jetzt muss ich generell mal ein Statement setzen. Und das gehört für mich dazu. Das heißt, für dich war diese Recherche, die offenbar dir auch neue Sachen, wo du was Neues gelernt hast. Weil aus meiner Sicht, kann ich ja gerne offenlegen, also mit dem Thema Entwicklungshilfe, ich habe nie einen Deep Dive gemacht. Aber ich habe mir auch die Frage gestellt, wie zahlen, habe er Milliarden über jetzt kumuliert an Entwicklungshilfe, wieso bringt es nichts? Meine oberflächliche Kritik ist natürlich, das landet in bestimmten Töpfen dort, natürlich auch von korrupten Leuten. Aber als ich deine Doku gesehen habe, ist mir natürlich auch klar geworden, ja, wo geht es denn hin an bestimmte Banken, die mit Investen liiert sind sozusagen. Und das muss man der Fairness halber auch sagen. Ich glaube trotzdem, dass du halt, auch in den Ländern, weil ich bin ganz für, ja, die Leute sind auch mündig, ja, also, und es gibt halt dort auch korrupte Staatenlenker. Ja, aber auch die sind gehalten. Ja, genau, aber wenn du an die Mündigkeit des Bürgers glaubst, dann haben die sich auch in so eine Situation gebracht. Ich meine, wir reden hier von einer Elite, wir reden hier nicht von irgendjemand auf der Straße, der verhungert und sagt, okay, ich muss jetzt. Nein, nein, das ist schon, auch in afrikanischen Ländern gibt es eine Elite. Ja, aber wie gesagt, ich bin da etwas anderer Meinung. Also, ich würde es nicht mir so einfach machen zu sagen, ja, die haben sich ja selbst in die Situation gebracht. Ich frage mich, welche... Oder vielleicht die Eltern oder sowas, das kann sein. Aber welche Wahl hatten sie? Also, hat man eine Wahl, wenn man sagt, als afrikanisches Land, okay, wir wollen jetzt, dass unsere, meine Bevölkerung soll sich entwickeln, ja. Ich will Schulen bauen, ich will sozusagen unabhängige Institutionen errichten und so weiter. Ist das möglich, wenn man sozusagen das Damoklesschwert über sich hängen hat, dass Amerika einfach unliebsame Herrscher beseitigt? Und da ist die Korruption, das ist ja das Standardargument von den USA, das sind eben korrupte Herrscher und es ist kompliziert. Diese korrupten Herrscher sind dort sozusagen auch, weil sie gefüttert wurden, weil sie stabil behalten werden. Genau, das ist richtig. Aber die Frage ist, es gibt diese korrupten Herrscher, die sich in Abhängigkeitsverhältnisse bringen, wie freiwillig das auch ist. Wirklich müsste man im Detail angucken, das gebe ich zu, ja. Aber du sagst jetzt, ja, die wollen Schulen bauen und so weiter, an ihren Taten sollst du sie messen. Und es kann ja sein, dass sie sich in dieses Abhängigkeitsverhältnis bringen, aber ob sie dann wirklich Schulen bauen mit diesem Geld, das sie auf irgendwelchen Wegen aus den USA bekommen hat, wage ich dann doch sehr zu bezweifeln. Ja, und das ist die Frage, wo hat das angefangen? Wir könnten jetzt auf die Ursprünge gehen. Wo hat das angefangen? Und dann müssen wir, müssen wir, ich weiß, man hört das ungern, aber müssen wir bei der Kolonialisierung anfangen? Ja, es ist so ein bisschen, nicht schon wieder. Das gebe ich zu, ist so. Aber wir müssen dort anfangen, weil dort haben die Strukturen sich errichtet. Und als dann der Zweite Weltkrieg lief, währenddessen haben die dann ihre Flaggen bekommen und ihre Parlamente, die bis heute nicht frei sind. Und diese dürfen nicht Entscheidungen für sich, also viele Länder sind in den Abhängigkeitsverhältnissen. So bestes Beispiel Uganda, die zum Beispiel ein LGBTQ-Bill sozusagen verabschiedet haben und wenige Tage später hieß es, wir schicken euch Entwicklungshilfe, was fällt euch eigentlich ein? Nimmt das wieder zurück. Ja, und dann muss dieses Land das wieder was tun, ja. Und da ist meine Frage sozusagen, wie weit gehen wir zurück, um zu schauen, wo das alles angefangen hat? Wer hat diese Ordnung errichtet und welcher Zweck steckt dahinter? Und mein Gefühl ist, und das hat sich ja dann, nachdem wir zurückgekommen sind, immer weiter bestätigt, nachdem es zur Revolution kam und einige Putsches in diesen Ländern, Burkina, Niger, Burkina Faso, Niger, Mali und so weiter, da hat man gesehen, dass da schon auch in der Bevölkerung der Wunsch da ist, dass man sich unabhängig macht. Ja, das heißt nicht, dass China für immer bessere Entscheidungen fällen wird, auch imperialistisch vielleicht sein wird, aber wenigstens haben die Menschen dort eine Wahl. Sie müssen nicht mehr nur nach Washington pilgern. Achso, sie können sich zwischen China, Russland und Indien. Sie können sich anschauen, was ist das Angebot, wie viele Zinsen muss ich zahlen für den Kredit, den ich nehme und was sind die Klauseln und so weiter. Also die multipolare Weltordnung im Endeffekt. Genau, und ich bin nicht so verrückt, dass ich sage, ja, Amerika muss beseitigt werden oder so, das wird nie passieren. Aber ich glaube, was anzustreben ist, dass in einer multipolaren Ordnung es zu einem Art Interessenausgleich kommt. Das heißt, dass, ja, was sagt man denn? Man sagt doch auch in der Wirtschaft, wenn es ein Monopol gibt, dann wird es gefährlich. Ja, deswegen braucht es mehrere Angebote, mehrere Anbieter und dann kann man sich selbst entscheiden, auf welcher Seite man steht. Das war ja auch ein wichtiger, sage ich jetzt mal, Talking Point bei den Russen und auch bei RT. Über diese geopolitischen Fragen der unipolaren hin zur multipolaren Weltordnung. Manchmal, also habe ich mich auch so gefühlt, tatsächlich bei RT, dass wir thematisch auch über Dinge sprechen, mit denen setzen sich deutsche Medien gar nicht auseinander, also Geopolitik, wird fast schon als Verschwörungstheorie abgestempelt. Und wir sitzen dann da bei RT und lesen dann auch Sachen und es kommt aus den Thinktanks, aus den USA, aus Thinktanks, aus Russland. Irgendwelche Geostrategen und wirklich so Analysten unterhalten sich darüber und dann in Deutschland wird gesagt, was ist das denn für ein Schwachsinn, also ich übertreibe natürlich. Es ist richtig, man sieht es doch an der ganzen Köhler-Affäre. Was hat er denn gesagt? Das war doch sowas von harmlos. Nee, kannst du mich da... Bundespräsident Horst Köhler hat in einem Interview darüber gesprochen, warum wir in Afghanistan sind. Und er hat nichts Gravierendes gesagt. Er hat nur gesagt, ja, wir sind auch da, um die Handelswege zu sichern. Das war ein No-Go. Ach ja. Das war ein No-Go, der musste dafür gehen. Man muss sich immer wieder daran erinnern. Das ist ja generell so ein Punkt, den ich habe. Wir erinnern uns an so viel gar nicht mehr, weil es so irre ist. Eins überlagert das nächste und wir wissen gar nicht mehr, was passiert war und trauen denselben Leuten, die uns davor schon in Probleme geritten haben. Ich sage verarscht haben. Ich habe jetzt so eine Frage, weil wir haben ja quasi zur selben Zeit in den Medien gearbeitet. Und ich wollte mal wissen, ob du heimlich RT geguckt hast. Ja, immer. Ich habe immer als Ausgleich, also es heißt jetzt nicht, dass ich immer einer Meinung war, aber mir war schon wichtig, mich breit zu informieren. Das habe ich gemacht. Und für mich ist es absolut verrückt, in was für einer Zeit wir leben, dass wir überhaupt einen Fernsehsender verbieten lassen. Es ist, ganz ehrlich, es ist Zensur. Und ich weiß wie viele, das ist keine Zensur. Ich so, die Behörden haben das erlassen. Das ist quasi die Definition von Zensur. Also man muss es zumindest so nennen können. Es ist ja, weißt du, es gibt ausreichend viele Leute, die finden das okay. Also diese Ausnahmesituation, also das ging ja nicht anders. Das kann doch nicht sein. Aber man hat dieses Wort einfach nicht verwenden wollen. Und das fand ich dann auch wieder so eine Sache. Ich so, okay, aber ich war ja da schon raus bei RT, als es wegzensiert wurde und war trotzdem absolut dagegen. Weil man hat hier auch ein Recht, also ein Informationsfreiheitsrecht. Du hast es dir das Recht, dich zu informieren. Und, aber mich würde noch mal interessieren, das ist jetzt ein bisschen selbstreferenziell, aber so sind Journalisten ja auch manchmal. Als du dann damals RT geguckt hast, auch unter anderem, das ist ja auch Al Jazeera, das ist ja alles geguckt wahrscheinlich. Wie wurde das denn wahrgenommen? Hast du mit deinen Kollegen darüber geredet? Wie wurde das wahrgenommen? Jetzt habe ich ja mal einen Insider, der mir ein bisschen was erzählen kann. Die haben es genauso gemacht. Also nicht alle, aber viele. Viele sehr junge Leute, würde ich sagen, die haben sich auch mal reingeschaltet und geguckt. Was wird denn dort erzählt? Aber man ist natürlich, wenn man in einer Journalistenschule war und so weiter, ist man natürlich auf eine gewisse Weise vorprogrammiert, sage ich mal. Und denkt da in Leitplanken, die vorgegeben sind. Wir haben uns ja auch bei RT ganz viel mit dem Mediensystem auseinandergesetzt. Ja, Noam Chomsky war jedem bekannt. Bestimmt auch bei den Mainstream-Medien. Aber auch über die Machtsysteme und auch die Manipulationsmöglichkeiten, die Medien auch ausnutzen. Es wird darüber auch gesprochen in den Medien, in denen du gearbeitet hast. Ist man sich dessen bewusst? Also gibt es ein Bewusstsein dafür? Keine Zeit. Also besonders bei einer Tageszeitung hat man die Zeit nicht. Man hat ja gerade mal Zeit, einfach einen Text zu füllen, also den Platz zu füllen in der Zeitung von 9 bis 17 Uhr. Also es gibt gar nicht die Zeit für diese Diskussion, auch in den großen Konferenzen. Ich habe da, also ich bin da wirklich, habe versucht immer da hinzugehen. Ich habe da nie Diskussionen erlebt, so über grundsätzliche Dinge. Also wer macht denn das? Dafür gibt es so öffentliche Intellektuelle, aber wer ist denn da? Aber ich meine vielleicht auch privat. Sorry, dass ich dich unterbreche. Also ich verstehe den Alltag, der ist sehr stressig in der Redaktion. Also das Einzige, was kritisch beäugt wurde, war diese ständige Emotionalisierung. Okay, die Schnelllebigkeit, sowas, aber nicht Ideologie. Also die Leute glauben, die meisten Menschen in Deutschland, aber auch in diesem Mediensystem glauben, sie sind nicht Propaganda ausgesetzt, sondern Propaganda macht nur Russland oder China oder nicht mal Amerika auch nicht. Es gibt keine Propaganda auf unserer Seite. Wir sind die Guten. Deswegen gibt es keinen Grund, darüber nachzudenken. Natürlich habe ich Diskussionen gehabt mit Kollegen, aber das hat zu nichts geführt. Und irgendwann hat man mich einfach als jemanden wahrgenommen, der so ein bisschen, ja, der ist einfach anders geprägt. Der kommt aus einer, ja, der hat andere moralische Werte, wie auch immer und deswegen redet er so. Aber hat man akzeptiert? Glaubst du, da hat dein Migrationshintergrund, wie man so schön sagt, dir dabei geholfen, dass du das sagen konntest und dann wurdest du halt, ah ja, der ist halt anders groß geworden, dass man das dann somit verklärt hat? Ich habe das schon auch mal so gehört, dass man mir das gesagt hat, ja, du gehst etwas riskanter oder bist riesigefreudiger bei bestimmten Themen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel, als diese Kritik eine Woche SZ stattgefunden hat, habe ich all die Themen angepackt, wo jemand, der hier sozialisiert ist, die nicht anpacken würde. Erstes Thema war Antisemitismus. Es gab damals einen Vorwurf Antisemitismus gegen Kollegah. Und der hat eine Doku rausgebracht und dann wurde ihm Antisemitismus vorgeworfen. Wo er in Palästina war. Ja, richtig, richtig. Und da habe ich gesagt, sag doch Einseitigkeit. Ihr könnt ihm Einseitigkeit vorwerfen, okay? Er beleuchtet nicht das Leid der Israelis. Aber Antisemitismus ist das andere. Das war No-Go, dass ich überhaupt darüber spreche. Da wurde mir gesagt, wir haben so eine Meinung in unseren Häusern, in unserem Haus noch nie gehört. Zweites Thema, Trump-Hysterie. Und ich habe gesagt, all das, was ihr an Trump kritisiert, habt ihr bei Obama nicht kritisiert. Warum ist das jetzt schlimmer? Keine Antwort. Keine Diskussion. Und ja, das sind alles so Themen, da würde jemand, der, ich sag mal, die Geschichte des Landes in sich trägt und sagt, der Schutz von Israel gehört zur Staatsräson, der würde vielleicht diese Themen nicht anpacken. Also das spielt schon eine Rolle. Und ich habe mir das Leben ja sehr, sehr schwer gemacht. Ich hätte mich anpassen können, ich hätte Teil des ganzen Systems werden können. Aber vielleicht will man das auch bei den Alternativen nicht so gern hören. Diese Erfahrung habe ich eben auch gemacht. Da spielt meine Spiritualität, mein Glaube eine große Rolle. Ich versuche all das, was ich sage, was ich fabriziere als Journalist, daran zu messen, was wahr und was gerecht ist. Und für mich ist es einfach, war das eine Selbstverständlichkeit bei dem Thema Ukraine, Russland, mich so zu positionieren. Wieso sagst du, vielleicht hört man das bei den Alternativen nicht so gern? Weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Immer wenn ich das Thema, ich habe zum Beispiel ein Interview gehabt, immer wenn ich auf das Thema zu sprechen kam. Also Spiritualität meinst du jetzt? Ja, islamische Spiritualität, dass dann sofort gestoppt wurde und gesagt wurde, ja, das interessiert hier niemanden bei mir, unter meinem Klientel sozusagen. Ja, das kann ja sein sogar. Also kann ja sein, aber war mir gar nicht so bewusst, dass da diese Reaktion kommt. Ja, ich erlebe das ja gerade, weil wir wurden oft gefragt, so woran glaubt ihr denn? Wir haben das immer weggelassen. Das war nicht wichtig, darüber zu sprechen. Aber irgendwann ist der Hass so über uns eingebrochen, dass wir gesagt haben, wir sagen einfach einmal in ein bis zwei Videos, woher unsere Moral rührt. Und daraufhin gab es sehr, sehr viel Hate aus diesem Lager. Aus dem Alternativen. Richtig. Und wenn man sich anschaut, es gab ja letztens auch vor ein paar Monaten diese Debatte bei Fairtalk, wo man gesehen hat, wo die Trennlinie auch ist bei diesem Thema. Ja, der Migrant, der Muslim und so weiter. Bevor wir dahin kommen, würde ich dich gerne einfach allgemein fragen, wie es jetzt für dich ist, in den sogenannten Alternativmedien, ich sage gerne unabhängige Medien, aufzutauchen. Wie ist das für dich? Du warst bei mir, Lena Priradovic, bist jetzt hier bei mir. Mein Selbstverständnis ist einfach, dass ich halt, ich unterhalte mich mit Leuten, ich bin halt unabhängig. Ja, ich war früher beim Russen. Natürlich hat mich die Zeit geprägt, ja, bla, bla, bla. Aber wie ist es jetzt für dich, in diesen Formaten aufzutauchen? Also ich mache mir darüber nicht große Gedanken. Ich hatte natürlich sehr viele Interviewanfragen. Ich würde sagen, ich habe 60 bis 70 Prozent abgelehnt, weil mir auch wichtig ist, dass die Alternativen Medien eine gewisse, also das Handwerk beherrschen. Dass das nicht nur etwas sehr Amateurhaftes ist, weil ich glaube, dass man schon sozusagen in diesem Kampf, der stattfindet, eine gewisse Augenhöhe braucht. Also es darf nicht so sein, das fällt mir sehr oft auf, wenn ich Alternative lese, dass da fehlerhaft gearbeitet wird. Und dass da, man macht sich, es gibt keine Sorgfalt manchmal und Hauptsache es passt ins Narrativ. Das ist mir auch wichtig, dass wir da korrekt sind. Und deswegen war es mir wichtig, in meinen Recherchen alles belegbar zu machen und sogar mit den Quellen der anderen zu argumentieren. Ja, habt ihr das alles vergessen? Das habt ihr selber gesagt? Weil ich will schon Leute überzeugen und ich habe das Gefühl, dass die Alternativen ihre eigene Bubble füttern und beliefern. Das möchte ich nicht. Zum Teil, stimmt das, gewiss. Ich würde auch sagen, dass man gütig sein muss. Also ich glaube, so ein Lerneffekt, also so eine Lernkurve entsteht mit der Zeit. Ich glaube, wir haben gesehen, dass die Alternativen, unabhängigen Medien doch einiges leisten können. In der Corona-Krise ist einiges passiert. Für das, dass ich auch dankbar bin, dass die da waren. Und du hast schon recht zum Teil. Und gleichzeitig, glaube ich, das gehört zu diesem Entwicklungsprozess einfach dazu. Und es ist natürlich fair und trotzdem manchmal, denke ich mir, hart, denselben Standard anzusetzen. Weil die Etablierten sind etabliert, weil sie über Jahrzehnte die Zeit hatten, sich dorthin zu entwickeln. Und denselben Standard jetzt anzusetzen bei Medien oder bei neuen Magazinen, die so aufploppen, ist hart. Ich kann es schon nachvollziehen, weil du musst irgendeinen Standard ansetzen. Ich habe letzte Woche mit Simo Hirsch, vielleicht bekannt, lange darüber diskutiert. Genau um diese Frage ging es. Wie schaffen wir es, da rauszukommen aus dieser Medienmacht? Und sozusagen, da hat er gesagt, ja, man dachte eine Zeit lang, es wären vielleicht die Öffentlich-Rechtlichen. Vielleicht machen wir das unabhängig. Aus privater Hand nehmen wir es raus. Und dadurch kann man so eine Art Korrektiv erschaffen. Aber sogar die sind durchsetzt von Eliteninteressen. Und was machen wir jetzt? Und am Ende kamen wir beide darauf, dass es am Funding, also du hast davon gesprochen, ja, es braucht eine Entwicklung. Aber diese Entwicklung wird nie stattfinden, ohne dass wir größere Fundings haben. Und sozusagen Redaktionen gibt, ja, mit diesem ganzen Apparat, den werden wir aufbauen müssen. Und da bin ich der Meinung, es ist, ja, bitte. Ja, ich stimme dir zu. Und gleichzeitig ist dieses, also erstens glaube ich auch daran, dass es viele unterschiedliche Player geben kann, die klein sind. Und dieses Funding-Problem ist wahr. Das ist ein Problem, wirklich, es ist etwas, was in den unabhängigen Medien viel diskutiert wird. Du machst dich halt, wenn, sobald du Geld dir irgendwo holst, sagen wir mal, irgendein Millionär sagt auch, ich bin damit auch nicht einverstanden, ich fande das jetzt. Du machst, du begibst dich immer in ein Abhängigkeitsverhältnis. Und ich sage das nicht mal kritisch, es ist einfach Fakt, dass ich, ich bin auch nicht komplett unabhängig. Ich bin auf YouTube, ja, ich habe auch einen Sponsor, gut, der redet mir nicht rein. Aber trotzdem, also niemand ist 100 Prozent unabhängig. Richtig, aber kriegen wir nicht ein großes Problem, wenn wir sozusagen nur dieses Klein-Klein haben? Wir haben nicht diese größeren, sagen wir mal, Instanzen. Kriegen wir in der Gesellschaft nicht das Problem, dass wir, also wie entsteht Meinung? Also soziale Imaginäre nennt man das, ja. Also wenn wir sagen, wir finden es gut, dass Kampfjets geliefert werden an die Ukraine, ja. Wie entsteht diese Meinung? Diese Meinung entsteht, indem wir jemanden haben, dem wir vertrauen, der uns das sagt, dass es gut ist, ja. Jetzt haben wir aber das Problem, wenn wir viel zu viele Kleine haben, dann leben wir in unterschiedlichen Realitäten. Das ist jetzt nur ein Beispiel in den Kampfjets geliefertigen. Wir haben so viele moralische Entscheidungen als Gesellschaft zu fällen. Wie wollen wir in Zukunft leben? Und wenn wir uns zu sehr aufteilen und es nicht, es kommt ja nicht mal zu einer Begegnung, das ist ja das Traurige. Es ist ja nicht so, dass die Leute, die jetzt zu dir kommen, in den meisten Fällen auch bei den Mainstream-Medien was sagen dürfen. Sondern die haben jetzt nur noch so ein paar Leute, zu denen sie gehen können. Ich sehe große Hoffnungen darin. Ich finde das sehr gut. Aber es wird, wir werden nicht den nächsten Schritt machen können, wenn wir es nicht schaffen, uns auch vom Handwerk, und das ist eben nur möglich durch diese Ausbildung, ja. Und da müssen wir unsere eigenen Journalistenschulen haben eigentlich, ja. Es muss alternative Journalistenschulen gehen. Ohne diesen Weg sehe ich da keine Besserung. Da ist ein Punkt, der Michael Mayen, der ja auch für bestimmte Dinge, die er gesagt hat, kritisiert wurde an der Universität in München, ja genau, an der LMU in München. Der hat ja auch so ein Journalisten-Ausbildungsprogramm gestartet, auch für unter 30 oder sowas, wo dann auch ein paar junge Leute hingegangen sind, um sich dann ausbilden zu lassen. Weil er auch gesagt hat, du brauchst halt das handwerkliche Geschick. Und da stimme ich dir zu. Ich meine, ich habe mit ausreichend vielen Leuten bei RT vor allem auch gearbeitet, die schlau waren, wirklich clever, aber das Handwerk einfach nicht hatten. Und das ist immer sehr traurig, weil du musst das, was im Kopf ist oder die Ideen auch irgendwie in Form gießen können. Und da ist tatsächlich so ein Delta, das entsteht und da stimme ich dir auch zu. Ich glaube, dass dadurch, dass wir jetzt das Internet haben, dadurch, dass Technik, sagen wir mal, erschwinglicher ist, um qualitativ guten Content zu machen, sind die Möglichkeiten andere. Am Ende hast du recht, das Handwerk muss irgendwie beherrscht werden und ein gewisser Standard muss eingehalten werden. Ja, also stimme ich dir zu. Hast du denn die Hoffnung? Aber wer beherrscht die Algorithmen? Wer macht die Bubbles? Also kannst du mit deinen Inhalten... Du kannst ja auch mit denen spielen, oder? Ja, ich habe eine Frage. Kannst du mit deinen Inhalten jede Bubble penetrieren? Nein. Nein. Diese Erfahrung mache ich auch. Aber der Faktor Zeit ist relevant in dieser Sache. Das kann sein, dass ich das jetzt noch nicht kann. Aber ich meine, meine, wenn man das als Strategie bezeichnen möchte, ist ja auch, dass ich mit... Ich versuche ja auch, neue Leute ranzukriegen. Auch aus, ich sage mal, nicht mal aus Bubbles, sondern einfach andere Leute. Klar, einige wollen nicht kommen. Ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich mache auch manchmal Themen, die obskur erscheinen. Aber damit kommst du immer mal wieder nochmal an neue Leute ran. Und ja, das ist ein langwieriger Prozess und der dauert. Der Faktor Reichweite ist auch ganz wichtig. Ich werde mit 100.000 Abonnenten andere Leute rankriegen, als mit vielleicht 250.000 Abonnenten. Du weißt, dass das ein Faktor ist. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen würde ich sagen, dass Zeit, deswegen ist die Entwicklung auch noch relevant in diesem Ganzen. Also ich sehe schon, dass da viel Potenzial ist, wie sich diese unabhängigen Medienmacher etablieren können. Ja. Also aus meiner Sicht. Okay. Weil, ich glaube, am Telefon habe ich es dir schon gesagt. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem stellvertretenden Chefredakteur, der zu mir sagte, Jasmin, du wirst nie wieder einen Job in den Medien finden nach RT. Für mich war es irrelevant, weil ich hatte das ja gar nicht angestrebt nach meinem Studium. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber vielleicht verändert sich ja die Medienlandschaft. Und was ist faktisch passiert? Die Medienlandschaft hat sich verändert. Natürlich nicht durch mich alleine, selbstverständlich nicht. Ich bin ja nicht größenwahnsinnig. Aber genau dasselbe, wir können gar nicht wissen, was in zehn Jahren ist. Und wie das, was wir jetzt hier machen, was du mit deinen Grenzgängerstudios machst, mit deinen Themen, wie sich das auswirken wird in Zukunft. Ich arbeite auch darauf hin. Ja, genau. Und ich meine, dadurch, dass du ja auch selber gesagt hast, du distanzierst dich klar vom Mainstream, hast du ja damit wirklich, du hast ja gesagt, die sind quasi auf dem, der Ast stirbt ab, sozusagen, so habe ich es zumindest verstanden. Total, ja. Aber wenn die Systemerhaltens sind, du sagst ja selber, die sind Verkäufer des Systems. Ja. Glaubst du, die lassen sich da so leicht abbimmeln? Die haben sich doch dann jetzt auch zusammengetan in irgendwie so einer Gruppe, ne? Richtig, es wird auch Möglichkeiten geben oder man wird auch versuchen, diese Alternativen oder ich sage mal diese große Masse von Menschen, die sich vom Mainstream abgewandt hat, anders gefügig zu machen. Also, wer sagt denn, dass wir in den nächsten Jahren, und ich rede da, weil ich eine Hintergrundinfo habe, die ich aber nicht öffentlich machen kann, ja, aber einfach nur als Prinzip. Sehr journalistisch. Ja, einfach nur als Prinzip, ja, dass es in der nächsten Zeit große Zeitungen geben wird, die die Alternativen ansprechen werden, die aber von denselben Leuten finanziert sind und aufgebaut werden. Man darf das nicht vergessen. Wir leben in einem Land, ja, und hier wird auch Macht ausgeübt. Ja, wir vergessen das vielleicht, weil das nicht so sichtbar ist, weil die nicht so knallhart auftritt. Aber es geht darum, so wie man durch verschiedene Parteien, die es gibt, versucht, Menschen für die parlamentarische Demokratie gefügig zu halten, so wird es auch mit den Medien passieren. Und das sind auch eben Entwicklungen, die dazugehören. Und ich für meinen Part versuche, mit meinem Kanal eben darüber hinaus zu gehen und die Menschen nicht so nur mit Informationen zu erschlagen, sondern vielleicht sie zu neuem Bewusstsein zu bewegen, dass das nicht alles ist. Es gibt ein Leben daneben, neben den ganzen Nachrichten und Bad News und Kampf zwischen ideologischen Lagern. Bist du unverkäuflich? Ja, ich habe mir selbst mehrfach bewiesen, auch wenn große Summen im Raum standen, wirklich große Summen. Es gab, also mein Kameramann ist hier dabei, er war sogar bei einer Sache dabei, wo mir eine sehr hohe Summe angeboten wurde, aber nein. Das war im Zusammenhang mit Team Todenhöfer, das hatte ich gar nicht in der Introduction erwähnt. Auch, nee, das kam danach. Aha, aha. Aber auch im Zusammenhang mit der Parteigründung von Team Todenhöfer warst du involviert, dann hast du dich distanziert und einen quasi eine Enthüllung, kann man so sagen, über ihn, eine Dreiteiler-Doku gemacht, über den sogenannten Märchenonkel. Und hast dich ihm entsagt, hast dich von ihm vollkommen distanziert. Ach so, dann gab es noch mal Summen, die im Raum standen. Ja, weil man das... Sag mal, wie hoch? Also nur so mal so Pi mal Daumen, weil ich will jetzt wissen, reden wir von 20.000 oder reden wir von 2 Millionen? 1,5 Millionen. Das ist eine gute Summe. Ja. Damit kann man leben. Ja. Gut leben. Ja. Und du hast gesagt, nein. Nein. Aus moralischen Gründen. Es kommt ja auch darauf an, was man von dir will, ne? Natürlich, das muss mit meiner Moral kompatibel sein. Und wenn es das wäre, dann würdest du es machen, ne? Natürlich, ich bin ja niemand, der Geld hasst. Ja. Ich bin ja kein Psychopath, der auch ständig dagegen ist. Aber was ist, wenn das Geld schmutzig ist? Was ist, wenn das Geld schmutzig ist? Was ist, wenn das Geld nicht ganz koscher... Wo, wie, wie, wie zieht man da so die Linien? Ja, ich glaube, es, es kommt darauf an, ähm, ja, die Person, die es mir gibt, ja, welche Intention, Intention sie hat, ja. Ist das jemand, der, ja, auf dem Weg der Besserung ist? Ja. Also, da gibt es ja unterschiedliche Leute. Da gibt es auch Leute, die aus dem Mainstream irgendwann sagen, ja, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diesen Mist, sondern ich gehe jetzt einen anderen Weg. Da muss man im individuellen Fall schauen. Aber mir geht es am Ende darum, nicht abhängig zu sein von der Meinung einer Person, was Journalismus angeht, äh, und, äh, ja, äh, keine, keine Drucksituationen ausgesetzt sein, wo man, ähm, schwer hat, wahrhaftig zu sein und gerecht zu sein. Ähm, ich, mich interessiert noch, ähm, deine Arbeit als Faktenchecker. Ich weiß jetzt nicht, wie lange du das gemacht hast. Du hast ja gesagt, du hast ja verschiedene Stationen da. Drei Monate. Drei Monate. Kannst du mir mal erzählen, wie das so abläuft? Weil wir hatten, bei IT mussten sich die Onliner öfters mal mit Faktencheckern auseinandersetzen. Und natürlich, manchmal war der Input gut, gebe ich ganz ehrlich zu. Also haben die auch, ah, okay, stimmt, haben wir was vergessen oder so. Und manchmal lesen sich die Faktenchecks irgendwie so ganz eigenartig, so, also so nach dem Motto, hä, eigentlich geben sie uns ja recht, aber irgendwie wollen, ist es dann trotzdem teilweise falsch, ne? Ich kenne meistens die Korrektiv-Faktenchecker, deswegen da steht manchmal teilweise falsch, falsch oder richtig. Wie war denn da die Arbeit so? Kannst du mir das sagen, dass, also, wie das so funktionierte? Ja, äh, es kommt natürlich auf den Faktenchecker an. Die Faktencheckerin, äh, wie ernst sie das nimmt. Also man kann natürlich oberflächlich Informationen prüfen, ob es Quellen dazu gibt und sind diese Quellen vertrauenswürdig. Und da fängt, glaube ich, das Problem an, äh, Ideologie. Also vieles wurde ja einfach als wahr hingenommen, weil DPA das sagt. Also wie weit geht man da in der Prüfung? Ja, ich bin teilweise so weit gegangen, dass ich das abgeglichen habe mit Quellen aus dem Ausland. Ja, also wir reden über den Nahen Osten und da passiert ein Krieg. Da gibt es ja verschiedene mediale Player, sag ich mal. Und man schaut sich ganz genau an, was die von sich geben und schafft einen Konflikt und sagt, hey, guck nochmal drauf, das passt irgendwie nicht oder nimm's raus. Und man muss aber auch sagen, dass nicht jeder so viel Wissen besitzt, der diese Artikel schreibt. Ja, teilweise sind es ja Journalisten, die sich nicht mit diesen Themenfeldern auskennen, aber gerade gibt es einfach niemand anderen, der es schreibt. Also man kann das nicht so pauschal sagen. Es kommt auf den Glauben des Einzelnen an, wie weit geht der und hinterfragt. Ja, das macht Sinn, also dass das dann so heterogen ist, weil du sagtest ja auch, man muss ja auch unterscheiden, du hast ja auch wunderbare Kollegen kennengelernt und das kann ich auch bestätigen. Ich hatte zwar sehr unangenehme Situationen mit sogenannten Mainstream, eigentlich immer öffentlich-rechtliche Journalisten, muss ich dir ehrlich sagen, weil die war sehr unangenehm und gleichzeitig gab es vereinzelnd auch Personen, die waren ganz nett. Also das kann es wirklich nicht alle über einen Kamm stellen. Aber es gibt so ein Vorurteil, das sich mehr oder weniger bewahrheitet hat immer mal wieder und zwar, dass Journalisten wirklich in meiner Erfahrung die Idee haben, dass sie wirklich alles irgendwie wissen und verstanden haben. Also da ist wenig Demut irgendwie. Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass man sehr früh lernt, wie groß die Macht ist, die von einem ausgeht. Man schreibt etwas, das habe ich auch aus eigener Erfahrung erst gelernt. Ich habe davor als Freier gearbeitet, aber da hat man das nicht gesehen. Ja, da hat man die Impacts nicht gesehen. Aber in den ersten fünf Monaten wurde ich nach Erding geschickt und sollte Teil der Redaktion der Süddeutschen Zeitung lokal werden. Und da versteht man, was das bedeutet. Wenn man etwas schreibt, hat das echten Einfluss. Und sobald man dann als Vertreter der Süddeutschen Zeitung auf irgendwelchen Pressekonferenzen ist oder bei irgendwelchen Interviews und man merkt, wie die Leute ihn anschauen, man wird anders behandelt als kleinere Redaktion, dann kommt eine gewisse Arroganz der Macht. Die schleicht sich dann ein und dann hinterfragt man sich selbst nicht dabei, sondern man muss das aufrechterhalten, weil die eigene Anerkennung damit zusammenhängt, daran geknüpft ist. Man will auch nicht, dass es aufhört. Ja, ich glaube, da habe ich wirklich eine ganz andere Erfahrung einfach gemacht. Weißt du wirklich, das ist so konträr gewesen. Ganz andere Base. Ja, also das ist wirklich ganz anders. Du hast ja schon angedeutet, dass du auch bei den Alternativen so eine gewisse Trennlinie siehst. Du hast gesagt, da hört man nicht so gerne, dass du eine islamische Spiritualität pflegst, dass sich auch dein moralischer Kompass danach orientiert. Und machst das auch fest an dieser Migrationsdebatte, die man bei Fairtalk zum Beispiel gesehen hat. Da ging es um Migration im weitesten Sinne, im engeren Sinne um Immigrantenkriminalität, wie man es schön sagt. Feroz Khan war dort, Nikolai Binner, Kayvan und Belash. Du hast auch schon über, mit Kayvan hast du ein Porträt gemacht. Belash war auch bei dir, du warst bei ihm, glaube ich, auch schon im Real Talk. Und über Feroz hast du auch ein Video gemacht. Er wollte leider die Debatte nicht. Wir hatten ihn eingeladen. Ja, kann ja vielleicht noch passieren. Weiß ich nicht. Und ich finde das Thema interessant, weil ich bin da natürlich jetzt kein aktivistischer Part in dem Ganzen. Was ich mich aber auch frage bei diesem Thema Migrantengewalt oder Kriminalität. Also laut der polizeilichen Kriminalstatistik redet man ja von Kriminalität im Migrationskontext oder so. Wo genau ist da eigentlich das Problem, erst mal überhaupt zu konstatieren, dass Migranten in Deutschland in der Kriminalstatistik überrepräsentiert sind? Also das ist jetzt die Frage. Das überhaupt einfach festzuhalten, das weißt du, diesen Fakt? Richtig, ja. Ist das ein Problem? Nein. Okay. Also das haben wir schon mehrfach auch gesagt. Egal, wo wir jetzt zu Gast waren, wenn wir darüber gesprochen haben, haben wir immer mal gesagt, das ist ein riesiges Problem. Gar keine Frage. Und man sollte diese Kriminellen hart bestrafen. Vielleicht sogar noch härter bestrafen. Womit ich aber dann ein Problem habe. Und das ist eine grundsätzliche Sache. Man tut so, als wäre das ein islamisches Problem oder ein Teil der islamischen, das sagt er immer wieder, das ist ein Teil der islamischen Sozialisation, dass man zu Gewalt neigt. Ich könnte jetzt selektiv bestimmte Kriminalitätsarten herausgreifen, wie Kindesmissbrauch und sagen, da sind überproportional Deutsch-Deutsche involviert. Und dann könnte ich versuchen, etwas daraus zu Schlussfolgern. Mein Problem ist diese Schlussfolgerung. Mein Problem ist, dass man den Leuten so eine große Angst macht und Dinge sagt wie, man kann heutzutage nicht mehr Bahn fahren, ohne dass man mit einem Messer angegriffen wird. Für mich ist Angst das Problem, weil Angst sorgt dafür, dass gespalten wird und die Machtausübung kann besser funktionieren in diesem Moment. Das ist mein Problem. Und dann bin ich auch dafür, dass man ehrlich ist, dass man sich mal ganz genau anschaut, wenn man denn sagt, das ist ein Problem der islamischen Sozialisierung, dass man sich mal anschaut, was sagt denn der Islam dazu, dass man vergewaltigt. Was sagt denn der Islam dazu, dass man Frauen begrapscht. Was sagt denn der Islam dazu, dass man klaut. Die Strafen dafür sind so knallhart, dass ich mich frage, warum lässt man das weg, dass wenn man diese Muslime, wenn das ja Muslime sind, die alkoholisiert, muss man ja auch wissen, in der Silvesternacht sich in Gruppen da getummelt haben und vergewaltigt haben. Warum sagt man denen nicht, hier, das sagt eure Religion dazu, warum habt ihr das gemacht, wenn das ein muslimisches Problem ist. Dieses Weglassen davon, das ist für mich dieselbe Masche, die die Mainstream-Medien verwendet haben ab 2001, wo ich noch in der Hauptschule war und am eigenen Leib erfahren hat, was es bedeutet, wenn Mainstream-Medien ein gewisses Narrativ streuen, das sich gegen den Muslimen, gegen den Migranten richtet, dass der irgendwie terroristische Ziele hätte, dass der einen politischen Herrschaftsanspruch hat und man deswegen fertiggemacht wird und sein Leben lang fertiggemacht wird. Es gibt Menschen, die gehen daran zugrunde und es gibt andere Menschen, die schaffen es, sich zu emanzipieren von diesem Hass. Und der hat stattgefunden. Über 20 Jahre hinweg habe ich über die Mainstream-Medien den übelsten Dreck gelesen, wo man mir versucht hat zu erklären, was meine Religion eigentlich sagt. Und wo ich mich frage, woher kommt diese Expertise? Ich bin deswegen in den Journalismus gegangen, weil ich das nicht mehr hören konnte, weil ich gesehen habe, dass Kriege stattfinden nach 9-11. Und diese Kriege finden statt in muslimischen Ländern und man braucht jetzt dieses Feindbild, um das zu legitimieren, damit man Angst vor diesem fremden Anderen hat. Und das ist mein Problem. Ich finde, wir sollten sehr hart Migrantenkriminalität kritisieren, aber auf der anderen Seite bestimmte Aspekte nicht weglassen, damit man nicht weiter für eine Radikalisierung sorgt. Das heißt, dein Problem ist, dass man es mit dem Islam in Zusammenhang bringt? Richtig. Und aber auch sagt, es wäre irgendwie etwas Genetisches. Das ist ein Problem, das gibt es ja auch im rechten Lager. Im ganz, ganz rechten Lager, muss man der Fairness halber sagen. Auf jeden Fall. Und deswegen beteiligen wir uns an dieser Diskussion, weil wir eben nicht wollen, dass sich diese, sagen wir mal, Narrative durchsetzen. Diese ganzen Rechten. Also wenn ich das richtig verstehe, ist dein Problem damit, dass man das explizit mit dem Islam zusammenbringt. Ich bin da nicht firm genug, um jetzt eine Unterhaltung über den Islam, Muslime und so weiter zu führen, weil eins habe ich verstanden. Es gibt ganz viele unterschiedliche Richtungen. Du bist angehörig der Ahmadiyya-Gemeinde. Die ja eine kleine Splittergruppe ist, sagt man so. Die auch in bestimmten muslimischen Ländern verfolgt werden. Das sind so die Faktenlagen, die ich so darüber kenne. Von dem her glaube ich, es ist sowieso schwierig, aus dieser Warte heraus für etwas in Gänze zu sprechen. Es ist sowieso schwierig für eine Gruppe von Menschen. Wie viele Muslime gibt es weltweit? Wie viele Milliarden? Drei. Es ist quasi unmöglich, in Gänze über diese Religionsgemeinschaft zu sprechen, aus meiner Sicht. Aber darf ich einen Punkt vielleicht ergänzen? Ich bin nach der, es gab ja diese sogenannte Arabellion, und ich bin damals, als ich Islamwirtschaft studiert habe, sind wir nach Tunesien gereist. Also meinst du jetzt der Arabische Frühling? Genau. Hat man das dann? Achso, Arabellion, Arabischer Frühling. Okay. Und wo nennt man das Arabellion? Ja, das war auch in den Medien. Achso, habe ich nicht gehört. Auf jeden Fall sind wir in der Zeit nach Tunesien gereist. Und wir haben uns angeschaut, wie die politische Lage in dem Land ist. Und gerade eben war eine islamistische Organisation an der Macht. Ja, die Anadha-Partei. Und wir haben mit dem Führer dieser Anadha-Partei gesprochen. Und wir haben aber auch mit den anderen Parteien gesprochen, auch liberalen Parteien. So, und was ich jetzt erklären will, ist, man schaut in die Medien und sieht, wie ein angeblich islamisches Land handelt. Und jetzt will ich mal aus der Perspektive der Bevölkerung zeigen, wie es dazu kommt, dass bestimmte Parteien sich durchsetzen. Als wir mit den liberalen Parteien gesprochen haben und die beklagt haben, dass sie so schlecht abgeschnitten haben bei den Wahlen, haben die gesagt, die waren sehr selbstkritisch, die haben gesagt, der größte Fehler, den wir begangen haben, ist, dass wir in einem islamischen Land uns als säkularistisch bis hin zu laizistisch dargestellt haben. Und die allgemeine Bevölkerung ist eben religiös. Und wenn du dann als jemand auftrittst, der intellektuell vernunftgetrieben und fast schon kommunistisch oder sehr links auftritt in diesen Ländern, dann haben die Menschen, die zur Wahl gehen, die Wahl an der Urne. Zwischen Islam oder Nicht-Islam. Wer setzt sich dann durch? Die Partei, die sozusagen groß ist und die islamisch auftritt. Und deswegen entscheiden sich die Menschen. Das heißt nicht, dass sie einer Meinung sind. Die sind einfach nicht dafür, dass man ihnen von ihrer Identität beraubt. Und so kommt das zustande in vielen islamischen Ländern. Das heißt aber nicht, dass diese islamischen Länder für den Islam stehen, sondern das ist eine Meinung. Wenn wir über Scharia sprechen, es gibt kein Buch, wo Scharia draufsteht, sondern jeder Gelehrte wird sogar teilweise von einer eigenen Scharia sprechen. Das heißt, um das mal zu übersetzen, per Ausschlussverfahren haben die halt nur diese Wahl gehabt, weil es die einzige Wahl, die quasi muslimische Wert oder überhaupt religiös war, diese Partei. Jetzt sehe ich da nachvollziehbar für mich die Argumentation, auch sehr differenziert. Man könnte eine ähnliche Argumentation auch in Deutschland anführen. Und das sage ich jetzt auch nur, weil du ja auch mit der AfD sehr kritisch ins Land gehst, wie auch immer man das sagt. Obwohl ich sehr, sehr viele Schnittmengen habe. Du hast auch eingeräumt, ja, bei dem Gender-LGBTQ-Thema, glaube ich. Ukraine. Ukraine, die zwei Punkte. Ich glaube, ich war noch ein dritter. Man könnte sogar die Maßnahmen nehmen, Corona. Genau, Corona-Maßnahmen, okay. Aber auch da sehe ich zum Beispiel ganz deutlich, dass es gibt natürlich eine Base, die die AfD hat, die steht dahinter. 100 Prozent, muss man nicht wegdiskutieren. Ich würde hier aus dem Gefühl sage ich 10 Prozent. So, die sind jetzt bei 20, wenn man den Umfragen zufolgen glauben mag. Wer weiß, was bei der nächsten Bundestagswahl ist. Ist egal, ist jetzt der Stand jetzt. Ich würde auch sagen, dass diese Leute keine Alternative haben in dem Parteien-Spektrum. Zum Beispiel nimm mal mich, ich bin ja Nichtwähler. Ich fand das furchtbar mit Corona. Die Impfpflicht war der Horror. Wen soll ich wählen? Verstehst du, was ich meine? Ich habe das nicht vergessen. Ich habe nicht vergessen, wie... Ich stelle doch selber vor derselben Frage. Aber deswegen könnte man doch die selbe Argumentation, die du jetzt für das Volk in Tunesien hier vorgetragen hast, könnte man doch auch... Ich bin aber nicht der Meinung, dass dieses tunesische Volk diese Partei wählen sollte. Ach so, aber gut, du hast es nur erklärt, warum sie es wählen. Genau, es geht darum, wie kommen diese islamistische Richtung an die Macht. Aber so ist es ja oft. Wie kommen diese Leute an die Macht? Es ist ja auch eine Ermangelung an Alternativen. Richtig, aber wenn jemand die AfD wählt, sollte er sich ganz genau anschauen. Und das ist eben mein großer Zweifel, den ich habe. Schaut man sich so genau an, wie wir es in unserer Analyse am Anfang gemacht haben. Wie hat sich diese Partei entwickelt? Wo hat sie angefangen und wie entwickelt sie sich? Und jeder steigt aus und sagt, dass der andere die Partei immer weiter nach rechts treibt und geht von Bord. Und das passiert jetzt von Bernd Lucke, Henkel, wie heißen diese ganzen, Petri, Meuthen und so weiter. Das passiert ständig. Und die Frage ist, wohin treibt diese Partei? Und da müssen wir dann in bestimmte Richtungen schauen. Und sagen, ja, zum Beispiel Björn Höcke, wo wir auch sehr differenziert sind, sagen, ja, es gibt einige Teile, die er sagt, und das würde jemand im Mainstream nie sagen. Wir sagen, er hat mit vielen Punkten recht. Was die Identität Deutschlands angeht, was den großen Mythos angeht und so weiter. Du hast ja auch ein Interview mit ihm gemacht, soweit ich weiß. Nee, mit Björn Höcke nie. Nee, nee, mit... Ferus. Kubitschek. Mit Kubitschek habe ich einmal über das Filiz Germania das Buch gemacht. Genau, aber Kubitschek kann man schon, also der hat schon eine sehr große ideologische Schnittmenge, kann man sagen. Auch die Wortwahl und so weiter, die arbeiten ja auch sehr eng zusammen, was bestimmte Texte angeht. Aber wichtig ist, man muss sich das ganz genau anschauen, wenn man dafür stimmt. Ich verstehe das aus Protest und ich verstehe, dass man den anderen einen Denkzettel verpassen will und so weiter. Zum Trotz, aber man muss wissen, was bekommt man, wenn man das kauft? Was ist es? Und da habe ich das Gefühl, dass die meisten sich nicht wirklich damit auseinandersetzen, sondern aus Enttäuschung heraus eine Partei wählen, die aus meiner Sicht, nehmen wir das ganze Thema mit rechts raus, ja, oder mit diesem rechtskonservativen, fast schon Fremdenfeindlichen und so weiter, nehmen wir das mal raus, es gibt so große Einfallstore, wenn wir das Thema Rüstung uns anschauen, NATO, wenn wir das Thema Pharma anschauen, Lobbyismus anschauen, Spenden anschauen, dann sehe ich da riesige Einfallstore für eine Vereinnahmung. Ja, okay, es ist gut möglich. Ich meine, darüber wird ja auch gesprochen, Leute, die so quasi so Verzweiflungswähler sind, die ja auch sagen, ja, okay, was soll ich denn machen? Vielleicht, ein Argument ist ja manchmal auch, ja, vielleicht rücken die anderen Parteien dann wieder zurecht durch den Druck durch die AfD, also werden die dann wieder normal? Vielleicht sogar die AfD, vielleicht verändern die sich auch zum Positiven. Ich will nicht sagen, ich will nicht damit sagen, dass das so sein wird, aber man muss sich ganz genau anschauen, was kauft man ein und es geht mir nur darum zu sagen, guckt euch ganz genau ein, was in eurem Einkaufskorb ist. Gut, ich gebe zu, ich habe ja das Parteiprogramm auch nicht gelesen, ich informiere mich natürlich, gucke mir dann auch solche Abhandlungen an, wie ihr das macht und ich finde manche Sachen auch problematisch, ja, also ich weiß, Tarek, also dein Schwager hat ja auch, ist ja nochmal auf die Sachen in Björn Höckes Buch eingegangen, ich habe das Buch selber nicht gelesen und ich habe mir auch gesagt, sollte ich jemals ein Interview mit ihm machen, kann ich das nur machen, wenn ich das Buch gelesen habe, weil das geht nicht, das ist sonst unverantwortlich. Aber das war schon so beängstigend zum Teil, zum Teil sage ich. Aber ich finde es gut, dass du ein Interview mit ihm machen würdest, wenn du es machen würdest. Ja, ich würde es machen, aber da muss man sich schon ordentlich darauf vorbereiten, also ich will, und da will ich nicht so gefährliches Halbwissen auftischen, das geht nicht. Da fällt mir aber noch ein Punkt ein und es gibt so ein paar, und ich habe die mir jetzt nicht aufgeschrieben, gebe ich zu, es gibt so ein paar gefährliche Zitate aus dem Björn Höcke Buch und dann geht es auch um die Maßnahmen, die vielleicht ergriffen werden müssten, um, weiß ich nicht, eine gewisse Homogenität der Bevölkerung herzustellen, so ungefähr, ne? So, und ich versuche das jetzt mal ganz so sachte wie nur möglich zu formulieren. Ich persönlich bin jetzt nicht so an Deutschland gekoppelt und identifiziere mich nicht jetzt so sehr damit, dass ich jetzt, oh mein Gott, Deutschland geht vor die Hunde, es ist ganz schlimm und so. Ja, ich falle jetzt nicht in Ohnmacht. Aber ich nehme das schon auch wahr und ich muss dir auch ehrlich zugeben, der demografische Wandel findet statt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, dein Schwäger hat gesagt, er findet nicht statt, aber es ist wahr. Hat er nicht gesagt. Okay, dann habe ich es falsch verstanden, in Ordnung. Nee, es ging um den Bevölkerungsaustausch. Aber weißt du, das ist Semantik. Es ist im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, egal wie du das bezeichnest, ich verstehe, das Bevölkerungsaustausch ist natürlich rechts geframed und gibt dieses Angstszenario mit. Verstehe ich. Übrigens, Population Replacement ist eine ganz normale Begrifflichkeit auf Englisch, will ich nur mal sagen. Aber das haben wir ja oft. Aber wenn du das sagst, kannst du das belegen, dass das so ist? Also das Ding ist, es geht nur darum, dass wir einen demografischen Wandel haben, der stattfindet. Den manche gut finden, den andere... Aber den könnte man noch korrigieren. Genau, meine Frage ist jetzt, wenn man das konstatiert und ich konstatiere es nur. Ich habe weder gesagt, es ist gut oder es ist schlecht. Ich denke, es ist eigentlich, wenn wir in andere Länder blicken würden, würden wir es als absolut nachvollziehbar empfinden, wenn die sagen, oh, hier kommen mir zu viele XY rein, demografisch betrachtet in 30 Jahren sind wir in einer Minderheit, ungefähr, wir würden gerne was dagegen tun. Ich verstehe den deutschen Kontext. Was dagegen tun? Nein, ich weiß es eben nicht, das kann ich jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber es geht mir nur darum, es festzuhalten und zu sagen, wir möchten das nicht. Das darf man ja nicht sagen. Ich verstehe das, dass es ein Problem ist, dass man darüber nicht sprechen darf, was wir jetzt tatsächlich dagegen tun können. Wir sind ja erst mal beim Festhalten, dass das überhaupt stattfindet. Aber dieses Festhalten, da sage ich zu 100 Prozent, dass wir einen demografischen Wandel haben. Bevölkerungsaustausch ist was anderes und wir müssen jetzt gar nicht darüber diskutieren, aber für mich ist wichtig... Was ist denn der Unterschied da für dich? Ist es, dass da eine Intention dahinter steckt oder wie? Also, ja, das ist aber auch, da muss man auch differenzieren. Ich bin der Meinung, dass Migration auch als Waffe eingesetzt wird. Da geht es ja auch im Buch darüber. Richtig. Darüber brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Es geht für mich nur darum, wenn wir darüber sprechen, können wir auch darüber sprechen, auf humane Weise, was wir tun werden. Und wenn wir wirklich sehr effektiv etwas dagegen tun wollen, dann müssten wir doch Anreize schaffen, dass Menschen sozusagen gerne Eltern werden. Das ist doch das Problem des Westens. Absolut. Stimme ich dir zu. Also, die Familie ist ständig unter Beschuss. Was macht man dagegen? Da muss man sich doch dann hinsetzen und darüber sprechen, statt von einem Remigrationsprojekt zu sprechen. Ich glaube, okay, da bin ich jetzt dann nicht firm genug, was da die Maßnahmen sind, die jetzt die Rechte ergreifen will. Ja, aber das wird auch offen. Aber ich glaube schon, dass das Thema Familie durchaus eine Rolle spielt bei Rechten. Ja, auf jeden Fall. Und das ist doch das Traurige, dass das so kontaminiert wird. Dass man in diesem Parteien-Spektrum über bestimmte Themen nicht sprechen darf, wenn man, sagen wir mal, etwas weiter links von rechts ist. Wenn man über Kinderschutz spricht, ist man rechts. Wenn man über Frieden mit Russland spricht, ist man rechts. Wenn man über, also es gibt so viele Themen, ja. Und das ist, deswegen können wir gar nicht als Gesellschaft in dieser jetzigen Situation mit dieser parlamentarischen Demokratie sozusagen auch die Probleme anpacken. Deswegen verstehe ich diesen Frust, dass man dann vielleicht sogar so eine große Wut hat, dass man, die müssen alle raus. Ich habe Verständnis dafür, aber ich glaube nicht, dass es richtig ist. Ja, ich glaube, für mich ist wichtig, einfach mal die Faktenlage zu konstatieren. Und da vielleicht auch, ja, natürlich, das ist jetzt so Wunschdenken, dass man darüber ein unaufgeregtes Gespräch führt. Also, dass man nicht versucht, irgendwie Angst zu machen damit. Dass man auch eingesteht, dass man bestimmte Fehler gemacht hat. Also, weißt du, das ist die eine Krise, die ich von Anfang an mitgekriegt habe. Und ich erinnere mich an die ganzen Diskussionen darüber. Und auch vieles war natürlich auch drüber. Aber ich finde es trotzdem relevant, das einfach mal festzuhalten. Und dann kann man ja sagen, ob man überhaupt was dagegen tun will. Und man muss auch, finde ich, zugeben, dass die linken Parteien, die finden ja die Lösung in der Migration vollkommen in Ordnung. Das ist ja, das ist... Ja, leider. Es hat es zu diesem Spalt geführt. Sarah Wagenknecht ist raus. Die sieht es ja auch nochmal anders. Die Linke ist ja, was ist die Linke heute noch? Also, die ist unter 5 Prozent. Die Linke hat sich komplett zerstören lassen durch Identitätspolitik. Also, wofür steht die Linke noch? Und zu sagen, ja, das wäre jetzt die Linke, ich weiß nicht. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen, die links sind, links heißt für mich, kritisch gegenüber Machtstrukturen sind, die sozusagen auch gegenüber der Propaganda sind, der sie ausgesetzt sind, dass sehr viele von denen mit der neuen Linken nichts mehr zu tun haben wollen. Also, ich sehe auch in beiden Lagern sehr vernünftige Menschen und die spreche ich auch mit meinem Kanal an. Wie ordnest du dich ein, wenn überhaupt? Es ist... Ich bin in Teilen links, in Teilen rechts. Aber ich habe auch kein Problem damit. Also, rechts ist für mich keine Beleidigung, weil dieses Lagerdenken für mich in meinem persönlichen Prozess der Wahrheitsfindung keine Rolle spielt. Du weißt, es macht dich automatisch recht. Okay, gut. Gut, wollte ich nochmal klären. Ja, das ist schon interessant. Ich überlege jetzt, ob ich noch... Ja, doch, ich habe noch eine schöne Frage zum Schluss, die ich dir stellen würde, weil ich weiß ja, dass du auch so einen Hang zu... Ja, du hast ja Philosophie studiert, du hast ja auch ein bisschen so einen Hang dazu. Und ich würde gerne von dir wissen, ob du glaubst, dass es die eine Wahrheit, du hast es oft angesprochen, ja, dass es auch dein moralischer Kompass ist, irgendwie wahrhaftig zu sein. Glaubst du daran, dass es diese eine Wahrheit, das Richtige gibt? Ja, es gibt unterschiedliche Realitäten, aber es gibt eine Wahrheit. Also wir können, wir schauen jetzt unterschiedlich auf dieses Glas, aber wir beide wissen, dass das Glas da ist. Und das ist eben, was ich kritisiere, wenn dieses relativistische Argument eingespielt wird in Debatten. Also wenn ich jemanden vor mir sehe, der getreten wird, okay, der Unrecht erleidet, dann sehen wir beide das. Da spielt es erstmal keine Rolle, warum. Wir sehen nur, da ist jemand schwach und der leidet gerade darüber, unter demjenigen, der stark ist. Und ich finde, wir können darüber sprechen, dass Religionen, dass bestimmte Dinge, die sozusagen in die metaphysische Welt gehören, dass wir uns darüber streiten können, was ist Wahrheit und was nicht. Aber die Dinge, die wir sehen, wir müssen uns als Gesellschaft darauf einigen. Es muss einen Konsens geben als Gesellschaft. Und der ist, der wird teilweise immer wieder neu verhandelt. Und ja, es gibt eine Wahrheit. Dieser Konsens, der neu verhandelt wird, ich glaube, der wird jetzt gerade, wird gerade ganz viel neu verhandelt. Ich glaube, das sind auch so diese Unsicherheiten, die jeder irgendwie so ein bisschen verspürt. Also das würden wahrscheinlich vielleicht Mainstream-Journalisten schon wieder als Geschwurbel oder Verschwörungstheorie, aber dass wir in einer transformativen Phase sind, jetzt in den Zwanzigern, ist aus meiner Sicht unstrittig. Ja, total. Würdest du dem zustimmen? 100%. Und das heißt, man geht neue Wege. Jetzt will ich noch von dir wissen. Was möchtest du erreichen? Was sind so deine Ziele? Meinen YouTube-Kanal stabilisieren, dass ich mal davon leben kann, also komplett davon leben kann, nicht mehr auf andere Aufträge angewiesen bin. Und das andere ist, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Menschen auf gewisse Weise aufwachen aus diesem Tiefschlaf. Und man hat das Gefühl, ganz oft die Leute sind in einer Trance. Und das ist mir ganz bewusst geworden, während, also natürlich während Corona, aber vor allem während der Ukraine, weil ich gemerkt habe, dass die größeren globalen Zusammenhänge nicht gesehen werden. Die ganze Historie spielt keine Rolle mehr. Wir achten nur darauf, was uns als Seifenoper vorgespielt wird. Und wir sind total gerührt von den heroischen Ukrainern. Aber es wird nicht gesehen, dieses große Spiel, wer profitiert von diesem Konflikt. Und wir werden ständig abgelenkt. Und ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass wir wenigstens alle Wahrheitssucher bleiben. Das hast du auch gemacht. Du hast zwei sehr lange Dokus zum Thema Ukraine auf deinem Kanal veröffentlicht. Die werde ich unten, oder ich werde deinen Kanal unten verlinken. Aber vielleicht noch mal explizit die Dokus, weil ich die fand. Ich fand die wirklich sehr toll. Tahir, danke für deine Zeit. Danke auch für das interessante Gespräch. Hat Spaß gemacht, auch mal wieder mit einem Journalistenkollegen zu sprechen. Ein bisschen selbstreferenziell zu sein. Das hat man so im Blut, habe ich so das Gefühl als Journalist. Ich verlinke all deine Infos unten. Ich sage Dankeschön und sage euch auch, abonniert meinen Kanal. Wir haben schon einiges geschafft und da geht noch mehr. Also es geht immer mehr. Gut. Vielen lieben Dank. Danke.